Hurra! We are back! We are back! We are back! Schaut euch das an! Ich hab schon... Wir sind am ersten Tag wieder zurück am Felsenturm-Tempel. Ich hab schon alle Dinge hier in Position gebracht. Ich wollte euch das nicht antun, diese ganzen Lieder nochmal zu hören. Deshalb hier der Eingang zum Felsenturm-Tempel. Hier bei Majora's Mask. Hi! Herzlich willkommen zurück auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ab geht die Party. Und wir gehen da jetzt rein. Dieses Ding, an den Kristall kann ich mich erinnern bei der Spinne. Den muss man treffen, wenn man dann den Tempel umdrehen will. Ist auch eine geile Mechanik. Jetzt geht's rohen. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ein Felsenturm ist. Kein Scheiß! So, das war schlechtester Reim überhaupt. Aber ist ja egal. Gut, dass ich ihn nicht... Hm, der explodierte sowieso gleich. Na, schau mal einer an. Ich glaube, ich muss ihn trotzdem treffen. Der explodiert irgendwie nicht. Nicht freiwillig zumindest. Upsi! Da wollte ich jetzt nicht runter eigentlich. Warte mal kurz. Aha, aha, aha. Da werden Lichtpfeile dann angesagt, glaube ich. Ich hätte gern die Fee. Die ist sicher nicht verkehrt. Dann haben wir gleich zwei Stück. Schade. Gibt's halt nur zwei Stück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Tempel auch Lava ist. Irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo genau, aber irgendwo ist Lava, soweit ich das noch richtig in Erinnerung hatte. So. Was wir da jetzt machen, ist folgendes. Wir werden die hierher und dann hierher bringen. Genau. Dadurch kann ich diesen hier machen. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Schlüssel, geht man davon aus. Oder eine Fee. Ja. Ich meine, ich stelle mich nicht gegen die Feen, das muss ich auch dazu sagen. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt erpicht darauf, dass ich unbedingt alle Feen jetzt sammeln muss. Das ist jetzt nicht mein zuvorderstes Ziel hier. Springst du da rüber und kletterst dann hoch? Nein. Ja, ich meine, sicher klettert er dann hoch. Aber ob es sich festgehalten hätte... Fragen über Fragen hier. So, gehen wir mal einfach hier links lang und schauen, was uns das bringt. Hm. Da ist mal... Okay. Machen wir mal die Elegy. Oh, ich bin schon richtig schnell. Das Gute ist, dass die letzten vier Noten kann man in einer Drehbewegung hier unten machen. Dadurch ist das sogar etwas schwerer. Ich bin schon schneller als wahrscheinlich mit den Buttons. Ich bin nicht sicher. Ich würde trotzdem lieber mit dem Nintendo 64 Controller für die Switch spielen, wenn er denn erhältlich wäre. Um unter 200 freaking Euro. Ich will es nur gesagt haben, 200 Euro wollen die dafür haben, die Wahnsinnigen auf Ebay. Ich hoffe, diese Scalper, die sind alle mal dran. Ich hoffe, die sind alle mal dran. Da gibt es keine Ausrede. Oh, Frau und Kinder und hin und her. Acht auf, geschissen, Alter. Lern was Gescheites. Echt. Das unterstütze ich doch nicht. Dann sollen sie immer Spende anfragen. Das ist was anderes. Aber das ist alles andere. Es reißt diese... Oh. Ich glaube gerade. Vielleicht brauchen wir das hier. Unter Umständen doch noch. Könnte sein, gell? Nehmen wir es einfach mit. Dass die Kiste schwerer als ein Deku ist, ist sowieso heftig, finde ich persönlich. Oh. Da werden wir höchstwahrscheinlich... Da werden wir höchstwahrscheinlich unseren koronischen Freund brauchen. den Darmani. Buchstäblich Darmani. Also nicht Link-Korone, sondern Darmani. Denn... Denn Darmani ist eigentlich die Figur, die wir da zurücklassen und nicht der Link-Korone. Wenn man sich das dann anschaut, die Figur. Ja. Mit der Narbe und mit allem drum und dran. Hey du. Coole Sache, oder? Gut. Jetzt haben wir ja nur mehr einen übrig. Und das ist unser Sora-Freund. Es reicht aus. Es reicht aus. Es reicht aus. Gut, dass eine ausgereicht hat. Eine Kiste. Weil... Die zweite haben wir ja zerstört. Also ich habe sie zerstört. War nicht so klug. Ich weiß. Aber... Reicht trotzdem aus. Alles ist cool. Alles ist geil. Einmal Mikau. Zum Mitnehmen, bitte. Zum Mitnehmen, bitte. Da braucht man keinen Schlüssel. Würde ziehen. Was muss man da machen? Pfeile. Haufen Pfeile. So. So. Und das Herz ist schon wieder befüllt. Ein Viertel Herz nimmt mir das weg. Okay. Da geht es ja doch noch weiter. Ich hatte schon befürchtet, dass diese Schlüsseltür unser Ende sein wird. Da ist wirklich Lava. Das Ding ist nur... Zuerst dachte ich, dieser Raum einfach nur stockfinster wäre. Man kann auch Licht zeigen jetzt nicht. Du hättest das noch immer nicht kapiert. Natürlich habe ich es kapiert. Das Ding ist nur... Es bringt nichts. Ich habe halt so das Gefühl, liebe Leute, ich habe so das Gefühl, dass wir zuerst einen... Ah, doch. Leute, doch. Hier kann man Licht ins Dunkel bringen. Ich sehe es sogar schon. Mann, Mann, Mann. Dem hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass da ein Loch ist oder sowas. Also Licht ins Dunkel. Also Licht ins Dunkel. Mhm. Ob das wohl die Karte ist? Wer weiß, wer weiß. Was? Auf jeden Fall brauchen wir da unseren... Goronischen Freund. Link Mani. Die Karte. Wunderbar. Und schläft. Passt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Komm nicht weg. Das bringt's. Man kann sich auch ducken als Gorone. Du auch. Du nicht? Interessant. Was das wohl bringt, wenn man die hier bearbeitet. Hm. Ob da wohl eine Fee rausspringt dabei? Koronen sind geschützt. Ja sicher ist eine Fee drinnen. Wobei, ist das ein kleiner Schlüssel? Alter ist das ein kleiner Schlüssel. Wenn ich den übersehen hätte, wäre ich echt verärgert gewesen. Das heißt wirklich alles... Man muss echt fast alles machen in so einem Tempel. Das ist ein kleiner Schlüssel. Es ist ein kleiner Schlüssel. Er passt. Super. Das macht mich jetzt nicht unglücklich, muss ich sagen. eigentlich hätten wir hier licht nur kein gebündeltes anscheinend ist wenn ein licht durch schächte fällt ist es dann gebündelt oder so frage mich hier wäre wohl ein sora angesagt es ist so schön dass das hier der kombinationstempel ist du musst alle skills quasi alle skills durchnehmen alle charaktere also alles was die charaktere können ich überlege gerade bringt uns was wenn wir hier auftauchen nicht so richtig irgendwie noch nicht zumindest wir tauchen mal aus sicherheitsgründen ein wenig auf hier da ist für ein schlüssel was ok da können wir was entfrieren seht ihr das problem ist nur ich glaube das ist wieder so ein gefrorenes auge das dann wieder einfriert sobald wir den raum verlassen das hatten wir das kennen wir schon sowas zumindest haben wir es mal gemacht es ist ja schon mal was das speichert das ganze ich verstehe jetzt müssen wir etwas schneller sein Schnelligkeit zeigt sich aus. Oh, ob das wohl der Kompass ist? Hi. Es ist sicher der Kompass. Ja, Kompass cool, Kompass cool. So, schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ah, das kennen wir ja. Das ist der Eingangsraum. Also eigentlich gar nichts Schlechtes, wenn wir nicht zu Beginn nach rechts gegangen sind. Alles klar, dann wieder zurück. Da kommen wir ja jetzt nicht weiter, aber wir können abtauchen hier. Lass mich mal schauen, was hier alles machbar ist. Nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. Das ist doch nicht so, dass wir jetzt 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 nicht so machen. Also, das war's. Ja, das war's. Komm, du gehst mir auf die Eier. So, jetzt aber. Wir könnten diesen hier machen. Yes. Huha. Wenigstens irgendwas. Das Ding ist, jetzt weiß ich ehrlich gesagt aktuell nicht, wo wir weitermachen sollen. Den können wir wohl nicht drücken, wenn wir auftauchen, oder? Durch Auftauch. Auftauchdrück. Auftauchdrück ist nichts, na? Warte mal kurz. Können wir sonst was machen? Können wir uns hier hochbeamen, irgendwie? Die Kiste haben wir ja schon herausgeholt. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall versuchen wir zumindest mal runterzukommen. Es ist noch immer sehr spannend, was wir jetzt machen. Was ist denn das? Ein Augor. Ein Augor. Nur drauf loszuschlagen. Bringt nicht viel Achte auf sein Auge und warte den richtigen Zeitpunkt ab. Okay. Ein Augor. Das ist der Bruder vom Igor. Der Augor. Da habe ich gerade überlegt. Ich komme da ja gar nicht mehr zurück. Ich komme da ja gar nicht mehr zurück. Ich bin da reingesprungen und ohne nachzudenken. Hätte es mir was gebracht? Ich denke nicht. Bestimmt. Da gibt es auf jeden Fall einen kleinen Schlüssel. Nur wie komme ich an den kleinen Schlüssel? Was ist, wenn wir uns von der Hand hier nehmen lassen? So. Wirft uns die hoch. Ja. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte mit allem möglichen gerechnet. Aber dass uns die Hand hier hilft. Der Feind hilft. Jetzt wissen wir auch, wo wir das verwenden können. Diesen Schlüssel. Was würde eigentlich dieses... Moment. Ich habe eine Idee. Ah ja. Ha. Da sind Türen. Okay. Das bringt mir jetzt relativ wenig. Okay. Wir wissen jetzt zumindest eine Tür haben wir ja schon mal, die wir jetzt aufbekommen. Das hilft schon mal weiter. Hat die Hand wirklich was gebracht? Ich glaube es ja nicht. Da wäre übrigens eine Kiste. Oder könnte eine Kiste sein. Wenn wir es wollten. Jetzt auf die Decke. Brav. Sehr brav Hund. Schauen wir mal was es hier gibt. Nichts Scheiß wie es ausschaut. Hey warte mal. Gorone. Ganz bestimmt Gorone. Wusste ich es doch. Sollten die nicht? Nein. Der Staub lässt sich nicht entfernen. So. Jetzt machen wir mit innen. Ja. 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 Die letzte. Die letzte war die richtige. So schlecht muss man sein wie ich. Das sind Aufladespiegel. Gerade sie auf. Okay. Da muss ich aber schneller sein. Das heißt ich brauche auf jeden Fall meine Hasenohren hier. Nein. Da muss man ja wirklich schnell sein verdammt. Ich glaube da braucht man gar nicht lange reinhalten. Da braucht man nur reinhalten. Rennen. Okay. Eine Sekunde. Ein bisschen kurz gefühlt. Das ist ja schon wieder da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Schauen wir mal ob das nicht länger jetzt geht. Ja. Es geht länger. Also so lange wie du drauf hältst ist es entscheidend. Das heißt. Wir werden das auch hier so machen. Dass wir. Weiß ich nicht. Diesen Spiel. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Come on. Das bringt's voll. Volle Kanne. Die Dauer macht's aus. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So schnell. Das ist die Dauer hier was bringt. Naja. Das gehört schon mal uns. Das ist eine Fee. Nett. Und das hier. Oh mein Gott. Was ist denn das? Was bringt der? Wie kann ich den umbringen? Er riecht nach Schießpulver. Toll. Jetzt reicht's aber dann bald. Diesen idiotischen Dingen. Noch ne Fee. Zwei Feen. Langsam hab ich das Gefühl ich schaff das, dass ich vielleicht noch alle Feen hier auch... Auch. So jetzt reicht's aber. Echt jetzt. Diese Fiecher... Also das geht mir jetzt langsam am Sack hier. Okay. An die Sektion. Ich weiß nicht wieso. Ich kann mich an die erinnern. Die ist nur halb so geil. Warte mal. Ich klette mal einfach da runter um zu schauen was da passiert. Schaut mal. Da ist irgendwas. Ich weiß nicht was es ist, aber es ist da. So. Was auch immer es ist, wir werden's ausprobieren. Nehmen wir diesen hier. Jetzt haben wir alle drei Positionen durch. Ah. Ist das auf Zeit oder wie? Na geh bitte. Was ist denn jetzt los? Es ist zwischendurch echt einfach mühsam. Na geh. Ah. Du dämliche Drecksau. Echt. Ja wie sollst du denn das jemals schaffen? Kannst du mir das sagen? Ah. Nerv. Das kann doch gar nicht gehen, oder? Kann es das? Kann es gehen? Gehen wir gleich in die richtige Richtung. Come on. Jawohl. Nein. Alter wie sollst du das jemals schaffen? Das ist ja unmachbar. Das ist ja unmachbar. Nein ist es nicht. Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir mal die Außenroute nehmen. Es reicht langsam. Es reicht, es reicht, es reicht. Den Reichen reicht's, Leute. Den Reichen reicht's. Den Reichen reicht's. Wie soll denn das jemals funktionieren? Na geh. Ja sowas. Schau dir das an. Wie sollst du denn da durchkommen? Na vor allem, du musst dir diese Scheiße auch immer ansehen. Diesen Dreck. Schau dir das an. Und in dem Moment hast du verloren. Du, eine Sekunde. Das geht nicht. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Es ist möglich. Aber es ist scheiße. Es ist scheiße. Es ist verkackte Scheiße ist es. Oh. Schau dir das an. Du. Nein. Scheiße. Boah ist das ein Kack. Wie soll das gehen? Oh. Dammit. Oh. Oh. Okay. Einmal noch. Yes. 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 Verdammte. Kacke. Ja. So. Das passt jetzt. Kurze Rage. Toller Erfolg. Cut.